Das Vermächtnis der großen Frauen und Männer der Geschichte liegt in einer einzigen Frage begründet. Gibt es einen besseren Weg? Diese Frage verlieh den Menschen Flügel. Sie half uns, unsere Träume zu verwirklichen und den Fortschritt voranzutreiben. Sie hat uns die Kraft zur Erneuerung gegeben und uns ein längeres Leben geschenkt. Sie hat uns einzigartige Kunstwerke beschert und neue Möglichkeiten, diese zu erschaffen. Und sie trieb Staatsmänner und Politiker an, allen ein besseres Leben zu ermöglichen. Diese Frage gibt es einen besseren Weg, bestimmt all unser Handeln. Deshalb ist es unsere Bestimmung, eine Welt zu schaffen, die besser funktioniert. Die Frage ist, was wird Ihr Vermächtnis sein?